hallo freude sky youtube sports einen wunderschönen guten morgen und der jete ist auch da wir starten direkt hier wir spielen einmal kontrolluhr und da muss man dann halt bis nach zehn minuten im kampf verbringen dann kriegt man auch wieder ein paar deutsche dollar goldnuggets wie von dago er war ja auch mal ganz herrlich die liegen nicht so schwer magen wie gold so ihr wundert euch jetzt mal ein stylisches outfit über die kamera war das war nur weil der hässert auf spiel ich denke passt doch das sind zombies drei am start oder was indiana jones sitzt jetzt hier indiana jones dicker autogramm so was müssen wir jetzt hier tun in diesem geilen spielmodus wir müssen zehn minuten im kampf durchhalten damit wir 2000 gold dollar kriegen da kann der jahr zu mal die fresse halten also kann sich darauf einstellen dass hier das gleich richtig rund geht geht richtig die action los die gangbang party ist am stüssel da kann schon die ersten zwei swinger und der dritte swinger und der vierte swinger und der fünfte sechste liebte jetzt haben wir aber auch auf gut da ist jetzt ein paar tage her dass wir das hier gespielt haben ja das stimmt wohl aber wir sollen mit beiden umso älter umso besser werden wir lauf mal direkt auf mich zu hier jungs und zurück glaube ich muss noch mal irgendwo munition her holen ich habe das blöde jetzt ich habe die kamera die halterung so hingestellt dass ich nicht sehen kann wie viel munition ist noch haben das ist natürlich sehr vorausschauend ich habe jetzt nur noch zehn schuss ich habe schon keine munition mehr okay übernehme ich mal deine seite ein bisschen so gut ich kann ja ich komme zurück aber ich habe gerade in der kiste gefunden jetzt muss ich gerade mal nachladen ja jetzt wurde kommt zu hier geh weg jetzt geht es langsam los ja oh ich muss hier weg ach köter ist hier ich helfe dir mal oh jungs ne 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 das ist nichts ey komm mal ne kalate hier oha jetzt geht mir doch echt die muni aus das ist nicht nett leute nicht alle auf einmal hier schön in der reihe anstellen hinten rechts ist er boah feil muni hat doch mal fall um da du penner jetzt fieser hier alle toll gut gleich einschläfern schieß 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 ah ich habe keinen einzigen schutz mehr glaube ich ähm ich habe null munition ja ich gehe jetzt was ich gehe jetzt erst wieder munition holen hinten war ja ne kiste ja wo denn ich habe nicht einen schutz ich kann nichts mehr machen ja du müsstest hinten um die ecke gehen hinten hinter dir da ich renne ganz hinten um und dann müsste da auch eine kiste sein so was haben wir jetzt aha haben wir verkackt oder was ich hätte dabei vielleicht geht nee wir haben es geschafft glaube ich nächster abschnitt so wie viel munition ich muss mal aufstehen 68 schluss muss auch scheiße ich wusste es mal alle abrücken hier schnitt für muni holen rechts außen ist muni du kannst ja noch geschütze aktivieren wie viel arbeit der was kostet das denn 6000 5000 1500 ich habe nur 1300 punkte scheiß mit er oh da geht es auch in der mitte ist er richtig hier komm mal hinten hin hier hinten hast du so ein geschütz das kannst du aktivieren das so ein bisschen hier ähm die zombies vom äh von dieser lichtkugel entfernt alter leute nimm mal die kiste jetzt du affe du kack schwuchtel alter ich werde grad tot gefistet leute ich komm komm mir nicht mehr raus na toll alter war das eine scheiß aktion fuck gleich alle auf mich gestürzt jetzt die geilen swinger bitches hier oh ich muss mal hier ich will beiden so na geh mal weg du blöder Hund ja drück doch mal headshot party what the fuck das war meine schuld gleich nochmal den scheiß bist du draufgegangen oder was du hörst mir nicht zu ne nein ich bin nicht draufgegangen ich hab mich nur zärtlich von den zombies massieren lassen im vegetalbereich und am rücken so gleich weiter hat keiner gesehen vielleicht nochmal was geht alter ich hab einen tipp für dich wenn du zu einer Munitionskiste rennst die zwischen ungefähr 70.000 zombies stehst stirbt ja ne da lass dir das da kannst du dir schön die zunge in den hals stecken und die mandeln massieren warum sollte ich das tun vielleicht kriegst du ja noch ein bisschen Asyl weißt du also vielleicht lassen sie sich länger leben so ein schlag weniger oder mehr macht schon was auch oh das ist natürlich verlockend so wir befinden uns wieder in diesem komischen zombie tempel so äh 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 das kann kein Munitionskiste aufnehmen hallo Kopfschuss und so Junge was ist denn jetzt los äh äh hallo achso ich brauche Punkte um Munitionskiste aufzunehmen ja richtig ja fall um du fall um so so Muni ah oh 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 fight it kommt warte denn was klatsch 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 alle dir nimmer mit euch was den da hinten geben wir auch noch nicht man ne laufen wir mal alle genau perfekt in die Schusslinie wahaha wie fight it kommt was machst du denn da hinten wieder wie find ich stehe hier und knalle alle da ja oh jawoll warte beans wien seven der wäkern da stöld die abzuh else die abzuhl wieder fröhlich jao guck wie für monition ich habe 218 ich muss überhaupt der ist doch scheiße am besten kommst du mal wieder hinten oder so was wir kommen sie alle auf einen punkt da können wir uns gegenseitig beschützern direkt an der munich kiste und nehmen hier unsere gäste in empfang der effektiv bisher war ein fall und penner ja ich kann hier nicht scheiß töne ja ich kann hier nicht alle aufhalten hier kommen so viele köln das hier muss ja weg hatte nicht länger aus du gehst nirgendwo hin du auch nicht ja war kacke jungen bleibt da stehen habe ich gesagt ja jetzt lag er noch nach ihr dürft auch noch alle hier am schlaf wann ist er schlimm mein lieber scholli schwede so haben wir den ersten abschnitt geschafft mal wieder wir sind so weit wie gerade du siehst ja diese gibt diese wie viel hast du ich habe ich habe 195 danke da hast du sogar drei schuss weniger als ich mensch oh da hinten ist noch eine kiste die hole ich mir jetzt so ich bin voll ausgerüstet die gegner kamen vorhin in der mitte du siehst ja die blauen geschütze wie kann ich die denn benutzen hier geht es um wo kommen die denn alle weg oh scheiße ja komm schieß doch renner nicht weg du pussi joo schöne headshot party herrlich ah schönes ding da ist es mal gut ich gehe nach hinten weil die alle hinten auf mich zu kommen alter die fisten mich ja gerade schon wieder hart ja da musst du da weg gehen alter da weg gehen ganz einfach da weg gehen das ist ja mein platz lass mich doch nicht vertreiben hier von diesen ja holst du hin oh mann war das jetzt gut oder schlecht wieso ja die viel war scheiße was ich weiß war nur nicht was der fiet heißt aber okay so damit das nicht immer eintönig ist suchen wir uns jetzt mal was anderes aus hier ja aber würde ich vorschlagen machen in der nächsten folge oder wie sieht das aus ja wenn wir das schon soweit haben würde ich sagen dann sehen wir uns in der nächsten folge klar also leute bis zum nächsten mal euer virus und der liebe ja tschau tschau aaaah Untertitelung des ZDF, 2020